So, wie versprochen, da sind wir wieder bei der nächsten Folge von Ranks Dogma Dark Arisen und tun hier unseren Vorwerke leiten. Hey, bleibe hier. Du Hund. So, oh, Zicke, Laufbahnverbesserung, oh, ist gut. Was? Ja, ja. So, ich gehe mal ein Stück vor. Ja, ja. Ach du Scheiße. Hab ihn. Ja, dann. Koko Ketchup Powerade. Alter. Volle Bude weggemacht. Alter, ist klar. Also die haben wirklich ganz schön Feuer. So, wie die bleiben immer weggemacht werden, bei einem Feuerball. Nee. Wir haben triumphed. So. Die Burgwegeberg ist nicht mehr fern. Was? Ach, schütterst du solche Arbchen? Nein. Nein. Zack, schön verboten. Von Boden geholt, ne? Alter, ich habe die Hauptjahr vom Boden geschossen, Junge. Der Mondsichlpass. So. Äh, ah, dort oben sind. Ja, ich seh's schon. Warte mal, ich könnte vielleicht... Äh, ah, blöde. Hab hier. Hab ich den erwischt? Mit den Fässern. Kann ja nicht wahr sein. Äh, äh, äh. Äh, äh. Hab ich den Fittich. Oh, jetzt hier die Kreatur. Klar, Alter. Hä? So. Jetzt ist so eine Federfall da. So, ja, gar kein Schaden, weshalb er kriegt so alles aussieht, hä? Ist das die Burg? Alter, die ist ja heimskroß. Die ist auch noch heimskroß weg. Kann das mal wieder hell werden? Es ist so dunkel. Och, Wölfe. Die haben ja jetzt noch gefehlt hier. Diese schnellen Mistviecher. Korsbarz. Entschuldigung, Herr Bulle. Ich wollte Sie nicht treffen. Und ich pack ein wenig rum. Aber das ist egal. Gibt's hier Wolfsloot? Ja, den gibt es hier. Kranzi-Scout. So, weiter. Ah, ne. Dachte, ich geh jetzt um rein. So, for Russian. Noch mehr. Ah, kommt schon was und hab hier. Alter, voll vom... vom Himmel geholt. Ich glaube, das Biest. Schnell. Alter, ich kann mich nicht um alles kümmern. Hallo. Bis jetzt tot. Jetzt bist du tot. Sehr gut. Nice, nice, nice. Feuer. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich bin der, der, der um Feuer loslegt, Junge. Da wächst dann auch nichts mehr. So. Hier ist hier was. Oh, Kraut. Hau mal mit. Hallo, Wagen. Geht's nicht noch langsamer. Hier, dort können wir nützliche Dinge finden. Bleib hier. Die Bergküttel. Alter, wie ich dem ja mal so Gorken-Schaden mache. Oh, Harbchen und Banditen, ey. Das ist aber wieder eine schöne Kombi hier. Hey, bleib hier. Hau mal. Nein. Wer? Zicke. Was für ein Patzer. Gute Zicke. Ich kenne doch nicht hier meine... Hallo, bleib mal hier. Hau mal. Was ist denn mit dem anderen? Oh, oh. Ich brauche was zum Heilen. Ausdauer. Gesundheit. Kombiniert mit dem anderen mal etwas nutzen. Ausdauer. Äh. Gesundheit. Wäh. Sag mal, ist es jetzt mal gut hier, oder was? Komm schon. Heile. Komm mal. Du blöder. Was hab ich hier? Was ist wieder? Alter, hallo. Ich nehme mich hier völlig auseinander, ey. Kann doch nicht wahr sein. So. Ja, Zicke. Ich rette dich. Okay. Die schrette ich auch noch. Sag mal. Ich sehne hier los. Wow. Okay, ein Schaden, ey. Was sind denn die für ein Level? Das geht's doch nicht. Aber. Oh, hallo. Zock, 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 zock. Sag mal. Wieso? Greift denn der so schnell an? Er glaubt schnell an, als ich. Das seht nicht. Kann ich jetzt mal einer diesen blöden Baumschützen hier ausschalten? Das gibt's doch nicht hier. Tschüss. 306 EP. Das wäre ja doch ganz schön, was Level gewesen zu sind. Äh. Oh, oh. Oh, ernsthaft. Äh. Oh, ich bin gerade froh, dass ich die erledigt habe, weißt du? Und dann wieder so. Oh, nee. Gut. Merke. Nicht zu der blöden Berghütte erstmal gehen. Berghütte ignorieren. Äh. Wieder von vorne. Na ja. So ist das halt. Die mal hier angelatscht kam. Kannst du hier hinten eigentlich irgendwas? Ja, kann ja später irgendwann nochmal hier hingehen. Schneller. Haben wir den ganz Tag Zeit. Was sind denn hier? Ärztlumpen. Hier. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja, dieses Fuh-oh. Verlödes Vieh. Zack. Schöne zu ihrer schwingenden Brand. Gleich wieder. Bäm, Junge. Sorge. Gleich wieder volle Bude weggemacht hier. Äh, äh, äh. Wie sind das für eine komische Flöte? Alter. Flöte. Kommt rein. Du, du steigst hier nicht mehr. So, ist ganz knickend, dass du hier nochmal herkommst. Wie hat er euch vorhin gesagt? Ach, das ist der Gesang von denen. Ich kann Zeit gehört, aber die ist komisch. Uuuuh. So. Alle sind wir jetzt schon hier. Genau, jedes Beast hat seine Schwäche. Das ist wohl wahr. So schön. Nice. Was? Langgestreckte Klaude. Oh, das hab ich noch gar nicht gekriegt vorhin. So gut. Oh, jetzt fangen die ja wieder an zu trellern. Ach, die ergreifen mich nie. Boom, boom. Schild gehämmer. Ne, Alter. Ja. Da hast du nicht mehr festhalten, ist schon tot. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Kommt schon, komm schon, komm schon, komm schon. Keine Müdigkeit vortäuschen. Die Nacht unterwegs sind noch lang. Ah, du kommst hier nicht mehr weg. Voll, Vieh. Nein. Erstmal Wolfspelz. Wolfspelz ist wichtig. Komm schon, erzähl das. Mach was. Hier, fett ausgerüstet. Und hier, Viehstarlappenkommandantin, oder was? Ja, klein Reißstar, ist gut. Ja, also, wenn die gegen den Wagen rennen, ziehen die ein bisschen, das bisschen buggy maggy aus, da. So, gut. Das klang als, äh, da war ich noch ein bisschen lane abgefurzt. Kann ich denn eigentlich auch auf den Wagen drauf? Nö. Sinnlos. Dann wär's ein lebendiges Gatling-Geschütz gewesen. Aber dann halt nicht. Sieht man so oder so nicht bei so einer Dunkelheit. Das sieht aus wie ein Kuharsch. Arschdunkel. Genau, Zicke, du machst das schon. Oh, oh. Nee. Zicke schläft. Oh, ach. Legen sich ja erst mal hin zum Schlafen, schlüpfsackt. Ja, ich komme ja auch schon. Toll, ist gut. So. Alter, wie lange ich die brauche. Uah. Seht doch, schlau ich schon fast ein, jo. Ah, du siehst ja wirklich nischt, ey. Dunkel wie im Affenpo. Ohne Mist. Feind in Gestalt eines Weibes. Ja, hab ihn halt, ne. Oh. Ist ja echt noch einer. Ne. Hier, wenn man erzählt ist, geht's ja gut. Ja, hier gibt's doch noch. Ist doch noch einer. Geil, vor den Kopf. Alter, dass die Magerin immer so übertreiben muss. Weil wir transportieren so ein Rieskopf. Und nehmen wir ein Büffel. Die sind noch nicht ganz dicht, alter. Kann noch nicht angehen, sowas. Was ist jetzt los? Was ist hinter uns? Oh, oh. Schließt ja die Leute vielleicht mal schneller laufen, weil dorthin kommt ein Felsen. Also es ist ja nur so eine Idee. Alter. Ich seh' noch den kommenden Felsen. Und die seh'n sich auch. Gemütlich. Ihr seid doch nicht ganz knusper seid ihr doch. Also jetzt mal. Really? Alter. Was ist denn hier los? Ho. Sogar direkt getroffen hier. Nice. Hey. Oh, oh. Oh, oh. Die hat mich aufgefangen. Alter Zicke. Du bist so geil. Ist das krass. Da hat die mich erstmal konkret... Konkret aufgefangen. Ist das geil. Dass das auch geht, finde ich krass. Was? Das ist Gift der Schlange? Glaub ich nicht, das ist Gift der Schlange, die... Anlockt. Hallo. Bleib mal hier, Wolfie. Alter, da habe ich mich voller Bude im... Feinfall aufgefangen. Ist die krass. Das schafft nur meine gute Zicke. Meine Sitsi. Sitsi. Sitsi, bitte. Achso, ne, ist die Tote. Da ist er endlich, der Eingang. Ach, ne. Bleib einfach stehen. Nehm den... Schön, dass du mir den Hebel gezeigt hast. Hä? Alter, ist klar, da hast du die Schilder umgehangen. Jo. Geh da voll mit dem Schädel rein. Ist klar. Ach, ist ja noch mehr Koblenz. Alter, wie viele aber auch. Ist klar. Wie jetzt ihre eigene Borg hier, die Koblenz, oder was? Mann, Mann, Mann. Komm schon. Achso. Gebt euch in die Hauptstadt. Sind wir gar nicht in der Hauptstadt. Hallo, lasst sie mal den Armpiffel in Ruhe. Wie blöd, der guckt. Hilfe, die hält mich fest. Ich bin so viel Liebe nicht gewohnt. So. So. Auch noch mehr Loot. Koblenzhorn. Ist auch noch was. Wurmholzsaft. Also. Ich die Wurmholzsaft, die liegen lassen. Ist der Wahnsinn. So, wir sind da. Ah, ja. Oh, und ich dachte, ich bin schon am Ziel. Es geht ja noch weiter. Zack. Hä? Bam, Junge. Weggesniped. Ich sehe noch welche. Gleich wegmachen hier. Das ist das Stallhau. Achso, ja. Hier, zack. Weggemacht. Der Kanjonsflug ist ein abgestellter Ort, um uns zu befinden. Und wir sind besser aufmerksam. Ah, ja. Golland! Kommt der her! Der spinnt wo! Bekommend! Ein Golland! Keine Wolle, die wahr sein! Der volle Wut aus dem Gebusch. Ge-Gebusch. Mal aus dem Gebusch gehupt. Gebusch. Mensch, nehme doch, die nehmen wir weg, wenn die auf dem Boden liegen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Zack, 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 zack. Oh, weg. Alter, müssen wir echt noch bis dorthin, doch? Bis dahin? Nee, bis dahin, oder? Ach, du Schande. Alter, regt erst mal schön drei Pfeile in die Seite rein. Das ist gut. Ja, jetzt würde ich mal erledigen, ja. Gibt's hier irgendwas? Kiste? Nix. Ich werde eure Wunde heilen. Ah, da ist er, gut. Ist noch mehr Kopf jetzt. Schön, den Kopf. Noch mal in den Kopf. Noch mal. Nice. Tja, dann haut er nämlich gleich ab, ne? Ja, Schisser. Kann ich irgendeiner den Büffel mal hier in auf dem Aar schauen? Dass der Steiner läuft. Was? Was? Die Banditen. Oh, nö, ernsthaft jetzt? Aber die kriegen wenigstens Schaden, wie die an der Berghütte. Die haben ja gar keinen Schaden gekriegt. Nice, weggemacht. Alter. Steht zehn Meter neben mir und beschießt mich. Also der hat die Aufgabe von einem Bogenschütz noch nicht so ruhig verstanden. Dass der ein bisschen auf Entfernung gehen sollte. Au. Alter. Hoho. Das war gerade richtig, die Bekreis, Junge. Hast du ja verdient. So. Fußfessel mitnehmen, die kann man nicht verkaufen. Oh, wir haben es gleich geschafft. Ewig lange Folge hier. Ewig lange Mission. Eskort Mission. Ich hasse Eskort Mission. Also mir fällt spontan keine Eskort Mission ein, die toll ist. Vor allen Dingen nicht so einer. Wo die Eskorte so lahm ist. Beziehungsweise das, was du beschützen sollst. Das Gespräch ist immer ein guter Anfang. So. Hier können wir schon mal weit gucken. Ach, hier die Voranlage. Also ich weiß ja nicht, was hier. Jetzt entweder war die Burg mal um einiges größer. Als hier eine Stücke von Mauern sind. Oder. Ja. Alte Zivilisation. Also keine Ahnung. Alter, hab das dann mal. Boah. Fünf Jahre später. Ja, ja. Flasche könnte ich hier aufhören. Genau. Renn den Wagen hinten rein. Vielleicht läuft er damit schneller. Die Chance besteht. Oh, guck mal. Ein Büffel. Oh, ihr Lieben. Freileben. Kann man die töten? Okay, was geben die für Loot? Ein Beast Steak. Und Rüppchen. Oh, Rüppchen. Geil. Rüppchen sind schon nice. Ich kann eh keine Ahze schürfen. Brauche ich auch noch eine Spitzhacke. Was machen wir, wenn wir in der City sind? Wenn wir endlich angekommen sind. Nach gefühlten drei Stunden. Sollen wir endlich außen? Komm schon. Buffeli. Buffeli, Muffeli. Du hast es gleich geschafft. Achso, nächst kommt der Drache. Bup. Tot. Steh dem Büffel neben dem Weg. Hallo, guten Tag, Spinalvector. Endlich, wir sind angekommen. Oh Gott. Das Abdehydro ist gute Beute. Gute Beute. Seine Gnade wird zufrieden mit dem Werk des Trupps sein. Geht mit Stolz durch diese Straße, Männer. Führt die Menschen in die Grenze und sind wir Helden. Ja, ganz schöne Helden. Drei Stunden gebraucht, um diesen blöden Kopf mal herzubringen. Ich hasse Escort-Mission. Ich glaube, es gibt niemanden, der Escort-Mission. Ich will mich für den Kastel direkt ausführen, um mein Report zu seinen Preis. Ich habe Worte für dich, Freund. Preis, sojourn in der Kapitola-Wahl. Ach, jetzt können die sich beeilen. Jetzt können sie da so vor dich hin. Ach, dich. Nehme ich auch noch. Ah, Fortuna lächelt mir zu. Seid gegrüßt, verehrte Erweckte. Bist du denn für einer, Masern? Man nennt mich Masern, wenn es euch beliebt. Nun, wo ihr als siegreicher Halt in die Hauptstadt gekommen seid, braucht ihr wohl auch eine neue Aufgabe. Ein Wort an euch beginnt mit den Vasallen. Erkundigt euch hier in Grandsorren nach ihnen. Ihr Volk ist eng verwoben mit dem Schicksal, der Erweckten. Wollt ihr eure Bestimmung verstehen, versteht sie. Die Gegenstände, die ihr erhalten habt, wurden zwischen euch, eurem Lager und euren Hauptwassseilen aufgeteilt. Ah ja. Alter, Quest geschafft. Oi, oi, oi. Ein Händler. Hallo. Ne, ich will eigentlich erstmal... ...kann sie das Zeug... ...wohl, ne, warte mal. Mit Händler kann ich ja... Dieser Tage verdunkelt eine Wolke des Unbehagens das Land. Ich dachte, du bist ein Händler. So, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir sind in der Hauptstadt angekommen. Gut, da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, einfach auf den Abo-Knopf drücken. Das kostet nichts und tut nicht weh. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut da rein. Ciao, ciao.